Untertitelung des ZDF, 2020 Death Note Ein Notizbuch des Todes Anleitung Der Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt Die Notiz entfaltet erst dann ihre Wirkung, wenn der Autor sich beim Schreiben des Gesicht des Opfers vorstellt Es können nie zwei Personen gleichzeitig betroffen sein Nach Niederschrift des Namens bleiben 40 irdische Sekunden, um die Todesursache zu notieren Verzichtet man darauf, tritt der Tod durch Herzversagen ein Mir wurde soeben folgendes mitgeteilt, denn der Geist, der immer lebt, nicht mehr Das Death Note ist echt Ich bin der Shinigami Ryuk Ein totes Gott Dein Notizbuch hat ursprünglich mal mir gehört Ich hab die Namen der größten Schwerverbrecher reingeschrieben Die ganze Welt soll erfahren, dass es mich gibt Dass es jemanden gibt, der gerechte Urteile fällt Und ich werde zum Gott einer neuen Welt Es ist offensichtlich, dieser Kira ist böse Aber in letzter Zeit gelange ich immer mehr zu der Überzeugung, dass nicht er, sondern die Macht, die er hat, das wahre Böse ist Wenn jemand über solche Macht verfügt, ist das für ihn ein Unglück Ganz gleich, wie er sie einsetzt Die innere Zufriedenheit, die diese Macht ihm bringt Ist nicht das, für das er sie hält Mein Vater leitet sämtliche Ermittlungen im Fall Kira Es ist eine beispiellos grausame Verbrechensserie So wie ich das sehe, sind wir wieder einmal auf Els Hilfe angewiesen Dieser L, das bin ich Kira hasst es zu verlieren Und in diesem Punkt ähneln wir beide uns Ich hasse es genauso Das, was du da gerade machst, ist böse Ich soll böse sein Ich bin gerecht Kira ist ein Einzeltäter, oh news Er hat außerdem Zugang zu unseren Ermittlungsdaten Er muss das Gesicht und den Namen seines Opfers kennen Er kann den Todeszeitpunkt bestimmen und in gewissem Maß das Verhalten seiner Opfer manipulieren Dies ist für mich das erste Mal, dass ich bei Ermittlungen mein Leben einsetze Beweisen wir Kira, dass wir zu allem entschlossen sind Zeigen wir ihm, dass die Gerechtigkeit immer siegt Beide kennen weder Gesicht noch Namen des Anderen Und der erste, dessen Identität aufgedeckt wird, stirbt Ich sag's ja, Menschen sind einfach Glaser Wir beide sind Mörder und werden uns in der Hölle widersetzen Ich habe den Verdacht, dass du Kira sein könntest Jetzt reicht's mir aber langsam Wie bitteschön würdest du dich denn fühlen, wenn man dich verdächtigen würde, ein Mörder zu sein? Entschuldigen Sie bitte Aber für wie kompetent halten Sie denn eine Behörde, die von Kira den Schwanz einzieht? Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr groß, dass dieser Kira falsch ist Wir können ihn also genauso gut Kira Nummer 2 nennen Sofort die Übertragung stoppen! Koste es, was es wolle! Worauf wartest du noch? Du sollst mich umbringen! Es ist zu gefährlich! Sofortiger Zugriff! Äh, Kira! Ich schwöre, dass ich mich töten werde, wenn ich dich gefunden habe Denn ich, denn ich bin gerecht!